Avio, das italienische Unternehmen, das im Auftrag der ESA die Vega-Raketen baut und seit kurzem auch betreibt, hat allen Ernstes zwei von vier Tanks der letzten Vega-Rakete kurz vor ihrem Start verloren. Denkt mal darüber nach, was ich gerade gesagt habe, bitte. Das Unternehmen, das die Vega-Raketen für Europa baut, verliert zwei von vier Tanks, die den Treibstoff der vierten Stufe der allerletzten Vega-Rakete transportieren hätten sollen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs und inzwischen ist dieser Vorfall auch von der ESA bestätigt. Die ESA übrigens hat davon auch erst durch die investigative Arbeit von Andrew Parsonson von europeanspaceflight.com erfahren. Die Avio hätte also weder der ESA noch uns Bescheid gegeben, dass sie beinhart Tanks ihrer letzten Rakete verloren haben. Von Seiten der Avio gibt es bis heute keine Stellungnahme. Unglaublich ist hier noch schwer untertrieben. Wie zum Geier kann ein Raketenbauer Tanks einer Rakete verlieren. Noch dazu, wenn es sich um die letzte derartige Rakete handelt, für die man zahlende Kunden hat. Bisher hat die Vega-Rakete nachweislich einen Schaden von mindestens 811 Millionen US-Dollar verursacht. Zumindest auf der Kundenseite. Vermutlich aber weit mehr als das, denn wie du gleich sehen wirst, sind da nicht alle entstandenen Schäden erfasst worden. Das ist einfach auf so vielen Ebenen falsch, dass ich kaum weiß, wo ich beginnen soll. Hier wird dein und mein Steuergeld, aber auch die europäische Souveränität und Unabhängigkeit im Raumfahrtsektor mit Füßen getreten. Deswegen ist mir wichtig, dass ich dir das vollständige Bild hier male. Zumindest aus meiner Perspektive. Also, die Avio ist eigentlich ein respektiertes und angesehenes Unternehmen, das noch vor dem Ersten Weltkrieg in Turin gegründet wurde. Zumindest haben sie meinen Respekt bis zu diesem Vorfall genossen. Sie sind unter anderem Experten für Luft- und Raumfahrt, Rüstung, Seefahrt und einiges anderes. Das Vega-Programm, das sie im Auftrag der ESA betrieben haben, oder noch immer betreiben, war in meinen Augen auch ganz respektabel. Dann hat sich plötzlich alles geändert. Anstatt besser zu werden, hat Avio das Programm gefühlt einfach fallen gelassen. Zwischen 2012 und 2019 konnte die Vega-Rakete auf eine makellose Historie von 14 von 14 erfolgreichen Starts zurückblicken. Zwei Monate nach dem letzten erfolgreichen Start bricht eine Vega-Rakete in der Nacht auf den 11. Juli 2019 zu einer Mission auf, die einen recht großen, teuren und schweren Satelliten für die Luftwaffe der Vereinigten Arabischen Emirate in einen sonnensynchronen Orbit bringen sollte. Die Mission scheiterte und löste natürlich eine Untersuchung aus. Dabei stellte sich heraus, dass das Zephiro 23-Triebwerk der zweiten Stufe der Grund für das Versagen der Rakete war. Immerhin war die Nutzlast versichert. Das führte zur Rekordsummen-Auszahlung von 411,21 Millionen US-Dollar. Das ist die höchste Schadenssumme, die je für einen Satelliten entstanden ist. Also, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Die Vega-Rakete ist zuständig für den größten bisher entstandenen Schaden an einem Satelliten. Das war mal der erste Strike. Du möchtest jetzt vermutlich sagen, hey Sirvan, das ist Raketenwissenschaft. Das ist nicht so einfach und Fehler passieren. Sei doch nicht so hart zu Avio. Darauf kann ich folgendes antworten. Ja, es stimmt, dass es sich hier beim Raketenwissenschaft handelt. Aber es handelt sich um einen institutionellen Launcher, dessen Entwicklungsarbeit und Betrieb von Steuergeldern übermäßig abgedeckt werden, damit alles funktioniert. Unternehmen wie die Avio oder die Ariane Group erhalten deswegen so viele Gelder, weil sie um dieses Geld nichts Geringeres als die europäische Souveränität und den Zugang zum All sichern sollen. Sie verlangen für diese Dienste deswegen so viel Geld und lassen sich in ihrer Arbeit so viel Zeit, weil sie erst in Betrieb gehen, wenn alles funktioniert. Zumindest so der Plan. Und nichts davon haben sie eingehalten. In den letzten Jahren haben die beiden eben erwähnten Unternehmen immer wieder gezeigt, dass sie kein Interesse daran haben, ihren Job zu erledigen, sondern eher das Geld im Blick haben. Was die Ariane Group übrigens falsch gemacht hat, kläre ich in einem anderen Video, das ich dir im Absprung verlinke. Das musst du dir unbedingt im Anschluss auch ansehen. Aber kommen wir zurück zu den verloren gegangenen Tanks. Der Hintergrund ist laut dem Auto des Artikels folgender. Die Avio hatte die beiden Tanks in einer Halle gelagert, die gerade renoviert wurde. Nach der Renovierung waren die Tanks nicht mehr da. Als man die Rakete vor ihrem Start montieren wollte, waren diese beiden Tanks nicht mehr aufzufinden. Das kann man sich nicht ausdenken. So etwas Inkompetentes hast du noch nicht erlebt. Das passiert doch nicht. Das ist kein Fehler, den man macht. Zwei Raketentanks sind doch keine Münzen oder Schlüssel, die verloren gehen können. Wie zum Geier verliert man nicht nur einen, sondern gleich zwei Tanks. Immerhin hatte man die grandiose Idee, sich auf die Suche nach den Tanks zu machen, da das ja die letzten zwei Tanks dieser Art waren und die Avio nicht mehr in der Lage ist, diese Tanks herzustellen. Was an sich schon von enormer Inkompetenz und Unflexibilität herrührt. Also, man machte sich auf die Suche und fand die beiden Tanks dann zerstört mit anderem Altmetall auf irgendeiner Müllhalde. Wo sie meiner Meinung nach auch hingehören, aber nicht unter solchen Umständen. Die Suche nach den verlorenen Tanks hat sich auch nicht besonders leicht gestaltet, weil sie nicht im Asset Management System des Unternehmens erfasst waren. Wenn schon Raketentanks nicht im Asset Management System erfasst werden, dann möchte ich gar nicht erst wissen, wie es sonst zuzugeht in diesem Unternehmen. Und was machen sie jetzt? Sie können die Tanks nicht nachproduzieren, weil sie die dazugehörige Produktionslinie geschlossen haben. Bevor wir uns Avios Optionen ansehen, müssen wir noch einmal zurück zu ihrer Geschichte kommen. Nach dem fehlgeschlagenen Start im Juli 2019 dauerte es mehr als ein Jahr, bis wieder eine Rakete auf der Rampe stand. Im September 2020 startete die insgesamt 16. Vega-Mission erfolgreich. Gleich im November darauf, also zwei Monate später, startete die nächste Mission mit mehreren Satelliten in einem sonnensynchronen Orbit, der niemals erreicht wurde. Denn die vierte Stufe der Rakete, die AWUM genannt wird und das ukrainische RD-843-Triebwerk verwendet, versagte aufgrund fehlerhaft montierter Kabel. Also menschliches Versagen und keine ausreichende Qualitätskontrolle. Und das, nachdem man die größte Schadenssumme der Geschichte der Raumfahrt ausgelöst hatte. Aber man wollte sich anscheinend auch den zweiten Platz sichern. Denn dieses Mal betrug die Schadenssumme knappe 400 Millionen US-Dollar. Die Geschichte wäre eine andere, wenn sie am Anfang einige Fehler gemacht und später einen erfolgreichen und verlässlichen Dienst erbracht hätten. Das wäre seriös. Aber Gemütlichkeit, Hochnäsigkeit und die zugrunde liegende Monopolstellung, in der man sich so sicher fühlte, hatte dazu geführt, dass man nachlässig wurde. Zuerst einen Haufen erfolgreicher Missionen vorweisen, dann nach und nach schlechter werden, deckt kein besonderes Vertrauen, muss ich sagen. Damit lag die Erfolgsquote der Vega-Rakete Ende 2020 bei unter 90%. 2021 startete sie noch dreimal erfolgreich, bis ihr Nachfolger, die erste Vega-C-Rakete, im Juli 2022 abhob. Der Jungfernflug der Vega-C verlief ohne Komplikationen. Aber das war nur die Demo-Mission. Bei der ersten Mission, wo sie zahlende Kunden an Bord hatten, versagte das Sephiru 40-Triebwerk der zweiten Stufe. Dieses Mal konnte ich die Schadensumme leider nicht finden. Aber dieser Satellit war wesentlich schwerer als jener der Vereinigten Arabischen Emirate, die eine Auszahlung von über 411 Millionen US-Dollar ausgelöst hatte. Der Kunde war Airbus Defense & Space, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, günstige Satelliten zu bauen. Danach startete keine Vega mehr bis Oktober 2023. Da brach nämlich die insgesamt 23. Rakete der Vega-Familie mit einer Rideshare-Mission auf. Zwei der zehn Nutzlasten verglühten jedoch mit dem Dispenser beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, da sie sich nicht davon lösen konnten. Diese Mission verbucht Avio als Erfolg. Aber da Nutzlasten von zahlenden Kunden verloren wurden, nenne ich das höchstens einen Teilerfolg. Wenn wir Avios-Rechnung verwenden, dann hat die Vega eine Erfolgsquote von nicht einmal 87%. Wenn es nach mir geht, dann reden wir hier eher von 83%. Das ist aber völlig irrelevant, denn beide Zahlen würden sie zur unzuverlässigsten Rakete der Welt machen. Und die Vega-C alleine hat eine Erfolgsquote von 50%. Warum ich so sehr auf den Erfolgsquoten herumreite, ist, weil die ESA vor einigen Wochen in einem Posting auf X behauptete, die Vega sei eine der erfolgreichsten bzw. verlässlichsten Raketen. Was meiner Meinung nach nicht nur falsch ist, sondern irreführend und eine dreiste Lüge. Bei Privatunternehmen kann man so etwas Marketing auf Kosten der eigenen Glaubwürdigkeit nennen. Bei öffentlich finanzierten Unternehmen grenzt so eine Aussage an Betrug des Steuerzahlers. Denn nicht jeder hat sich die Erfolgsquoten aller Raketen ausgerechnet. Ich auch nicht übrigens. Das Posting finde ich leider nicht mehr. Sie wurden darin mehrmals korrigiert. Kann durchaus sein, dass sie es gelöscht haben. In einem anderen Posting zitiert Andrew Parsonson den Avio-CEO Giulio Ranzo, der folgendes im italienischen Fernsehen behauptet haben soll. Vega ist ein Juwel rein italienischer Technologie. Wir haben es entworfen und dann fast vollständig gebaut. Einige Teile werden von Zulieferern hergestellt, aber wir entwerfen und bauen sie. Wenn man sich aber diese Grafik ansieht, dann stellt man fest, dass die Vega eher eine europäische Rakete ist. Essentielle Teile kommen aus ganz Europa. Der Grund, warum ich dir dieses Zitat gebracht habe, ist, damit du verstehst, was die Vega und die Ariane-Raketen sind. Nämlich politische Instrumente. Nicht mehr und nicht weniger. Der Grund, warum sie existieren, ist nicht, weil die Ingenieure bei den beiden Unternehmen so unfähig sind, sondern, wenn unsere Politiker und Entscheidungsträger, aber auch das Management dieser Unternehmen anscheinend nicht in der Lage sind, weiter als bis zur nächsten Wahl zu denken. Den Preis dafür zahlen du und ich. Das Thema hat internationale Schlagzeilen gemacht. Aber als ich auf X dazu etwas gepostet habe und gefordert habe, dass die ESA wieder ihres Willens eine Untersuchung startet, haben einige gemeint, dass das nicht notwendig sei, weil man ja doch alles weiß. Und was soll eine Untersuchung aufdecken? Genau das ist ja die Frage. Die Untersuchung soll Dinge aufdecken, die bisher im Verborgenen geblieben sind. Wenn bei Avio Raketentanks um Himmels Willen verloren gehen können, wie werden dann andere Sachen behandelt? Es geht hier um den Umgang mit Steuergeld. Und da kann man meiner Meinung nach nicht genau genug hinsehen. Alles andere ist Bagatellisierung. Da arbeiten erwachsene Menschen an Raketen. Ernsthafter geht es nicht. Und wenn hier derart grobe Fahrlässigkeit keine Untersuchung nach sich zieht, dann haben wir ein gewaltiges Problem. Welche Optionen hat Avio nun? Zusperren und sich für alle Ewigkeit in Grund und Boden schämen, wäre mein Ad-Hoc-Vorschlag. Aber Spaß beiseite. Die erste mögliche Lösung besteht darin, die vier Tanks zu verwenden, die während der Qualifikationsphase der Rakete vor dem Jungfernflug im Jahr 2012 verwendet wurden. Das Unternehmen hofft, zwei der Tanks für die Durchführung von Requalifizierungstests nutzen zu können und die anderen beiden für den Flug selbst übrig zu lassen. Allerdings birgt diese Lösung auch einige Herausforderungen. Diese Tanks stehen seit über einem Jahrzehnt herum und die Unversehrtheit mehrerer Elemente, deren Inspektion unglaublich schwierig wäre, wäre nahezu unmöglich zu garantieren. Während über diese Möglichkeit noch nachgedacht wird, ist auch ein alternativer Plan in Arbeit. Als letzten Versuch, die letzte Vega-Mission zu retten, erwägt Avio nun die Modifizierung der AWUM-Oberstufe für den Einsatz an Bord der Vega C. Diese Frankenstein-Lösung, die Elemente einer Vega C AWUM-Plus-Stufe nutzen würde, wurde bisher noch nie getestet. Ganz schön riskant, wenn man in Betracht zieht, dass der Kunde eine recht wertvolle Fracht befördern will. Unabhängig davon, für welche Lösung sich Avio entscheidet, ist es unwahrscheinlich, dass das Unternehmen sein Versprechen erfüllen kann, den letzten Vega-Flug in der ersten Hälfte des Jahres 2024 zu starten. Die Nutzlast der Rakete wäre übrigens ein Sentinel-Satellit der Copernicus-Konstellation gewesen. Andrew hat bei der ESA noch nachgefragt, ob sie diesen Sachverhalt nun extern und unabhängig prüfen werden. Spoiler-Alarm, sie werden den Vorfall nicht untersuchen. Warum nicht? Entzieht sich jeder Logik und meinem Verständnis. Vielleicht verstehst du es ja. Dann erkläre es mir bitte in den Kommentaren. Das ist doch eine ausgesprochene Frechheit. Seid es mir bitte nicht böse, aber das ist unter aller Sau. Jemand muss da hin und nachsehen, was da genau schiefgegangen ist. Insbesondere, da die Avio den Vorfall nicht freiwillig der ESA und somit dem Steuerzahler gemeldet hat. Die ESA hat von diesen fehlenden Tanks erst durch den Bericht von Andrew erfahren. Andrew übrigens hat es von einem Mitarbeiter der Avio erfahren, mit dem er in Kontakt steht. Das Ganze hier stinkt jedenfalls zum Himmel und es wird immer klarer, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Fahrlässigkeit, Frechheit, Dreistigkeit und dann noch alles versuchen unter den Teppich zu kehren. Was glaubst du, dass es hier passiert sein könnte? Haben Bauarbeiter die Tanks unabsichtlich entsorgt? Waren es Spione, Saboteure, frustrierte Mitarbeiter oder vielleicht doch der Klawautermann? Oder gänzlich etwas anderes? Wenn ich ein Spion wäre, würde ich mir jedenfalls eine verlässlichere und innovativere Rakete suchen, die ich ausspionieren kann. Das Einzige, was mir dazu noch einfällt, ist Schande, Schande, Schande. Sorry, dass es heute nur ein einziger Wurlausbruch war, aber ich bin nicht hier, um Freunde zu gewinnen, sondern um dir die Wahrheit zu präsentieren. Und die Wahrheit ist manchmal hässlich und unbequem. Ein großer Dank geht an alle Patrons und Kanalmitglieder, die Mars Chroniken ermöglichen. Wenn auch du mich unterstützen möchtest, damit ich das hier weiterhin machen kann, dann freue ich mich, wenn du Kanalmitglied oder Patron wirst. Du kannst aber auch ein super Thanks dalassen oder im Shop einkaufen gehen. Wie du Mars Chroniken noch unterstützen kannst, findest du in der Videobeschreibung unten. Ein Like und Abo sind jedenfalls kostenlos und helfen auch enorm. Vielen Dank, mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten, peras pera ad astra.